So Freunde, heute sind wir am Diamond Beach. Sowas, ich sag's vorweg, habe ich noch nie gesehen. Also wir sind heute hier an einem krassen Ort, an dem Diamond Beach in Island, wo hier überall Eis liegt am Strand, am schwarzen Strand. Das ist so krass und skurril und es ist unglaublich. Du bist sozusagen in einem Meer voller Eisblöcke, Eiskristalle hier. Von da vorne, vom Gletscher, werden sozusagen die ganzen Eisstücke rüber geschwemmt. Und die liegen dann hier, die stranden dann hier sozusagen an diesem schwarzen Diamond Beach. Krass, die Natur, das Schauspiel, das ist ein Erlebnis und das vergisst man nicht. Auf einer Reise hast du immer neue Eindrücke und das hält die Gedanken und die Birne sehr, sehr frisch. Und auch die Kreativität kriegt so wie so einen frischen Wind. Deswegen lohnt es sich so krass auf Reisen zu gehen, besonders hier in Island. Das ist ein Wahnsinn. Also hier hast du alle paar Kilometer eine neue Attraktion sozusagen. Komplett andere Landschaft. Es ist unfassbar, also alles so komprimiert. Island ist der absolute Hammer. Es lohnt sich, was soll man da noch sagen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.